Hallo liebe Freunde der Wildlife Fotografie. Vor einiger Zeit habe ich ja begonnen Dachse zu beobachten, auch Füchse zu beobachten, habe aber den größten Erfolg gehabt bei der Beobachtung von Dachsen. In den Wintermonaten hänge ich Wildkameras auf, um zu sehen, wie die Tiere sich verhalten, wann sie den Bau verlassen und wie optimalerweise die Zeiten sind, wann ich sie dann letztendlich fotografieren kann. Bereits im Winter habe ich meine Wildkameras aufgehängt, um halt die optimalen Uhrzeiten herauszufinden und heute ist ein Tag, der bietet sich super an. Wir haben perfektes Wetter, wir haben blauen Himmel, wir haben wahrscheinlich sehr lange Sonnenschein ohne Wolken und da nutze ich die Gelegenheit Mitte Mai mit späten Sommeruntergang die Dachse zu fotografieren und ich hatte euch letztes Jahr schon mal mitgenommen auf die kleine Fotoreise und heute machen wir das wieder und wir schauen einfach mal, wann die Dachse rauskommen. Vor zwei Wochen war ich schon mal dort, da haben die Dachse mich sehr positiv überrascht mit einem Erscheinen um 20.17 Uhr. Das war sehr früh, eigentlich kenne ich die Uhrzeit 20.40 Uhr, 21 Uhr, aber das war wirklich sehr, sehr, sehr toll und noch am besten Licht und wir probieren das heute mal aus und schauen wie die Dachse heute so reagieren. Ich nehme euch mit auf die Reise. Ich nehme euch mit auf die Reise. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 so jetzt bin ich bei den taxen heute sind leider die windkraftanlagen in betrieb das hört man vielleicht ein klein wenig im hintergrund das ist vielleicht etwas beeinträchtigend aber ich kann es nicht ändern beim letzten mal als ich hier war waren die ausgeschaltet aber heute sind sie nur in betrieb mein gott sind hier viele mücken ja wir werden also sehen was passiert noch ist nicht zu sehen das war noch zu früh 19.30 ungefähr haben wir jetzt das dauert noch vielleicht habe ich glück wie beim letzten mal dass die dax gegen viertel nach acht rauskommen also 20.15 und dann schauen wir mal ich habe gerade festgestellt dass ich meine große speicherkarte im computer stecken lassen habe ist aber nicht schlimm ich habe immer ersatz dabei gut ist nicht ganz so groß die speicherkapazität aber ich glaube es wird reichen für einige bilder und vielleicht auch ein bisschen film mal sehen eine fliege letztes mal war ich ziemlich zerstochen als ich hier weg gegangen bin da hatte ich so 30 35 mücken stiche nur auf dem handrücken das war in den folgenden tagen dann etwas unangenehm aber wir schauen mal ob das heute auch wieder so schlimm wird oder nicht wir schauen mal ich melde mich vielleicht nicht mit dieser kamera vielleicht habe ich nachher die andere an ich habe noch eine auf dem objektiv drauf und da kann natürlich auch die kamera auffilmen und wir schauen mal also noch ist alles ruhig und da ändert sich bestimmt ein rei habe ich eben gesehen aber zu spät und ich hatte alle Hände voll weil ich natürlich mein improvisiertes in der Hand hatte, in der einen Hand und in der anderen Hand die Kamera. Das konnte ich dann nicht schnell genug loswerden und wechseln und das Reh hatte mich dann gesehen und war es natürlich weg. Aber es gibt andere Gelegenheiten, wo wir dann auch mal wieder ein Reh fotografieren können, ganz alleine und mit vollem Erfolg. So, wir fangen an zu anderen Gelegenheiten vor, der in der HüftelsGGle, Glauben Sie, die Kleine, die Kleine und die Kugel sind. Wir fangen an den Hüftelschlein fest, das Ganze zu tun. Ziemlich zum Pferd und zu Gäumen, das Ganze mit dem Kugel. Wo diese Hüftelschlein, die Kleine Kugel sind der Kugel. Die Kleine im Kugel ist unter dem Kugel und am Boden. Wir fangen an, die Kugel wieder einen Kugel zu machen und formen. Die Kugel-Malasien Bö31 in der Kugel sind, Böhl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Heute habe ich richtig Glück gehabt. 19.30 Uhr. Um 19.30 Uhr kam das erste Tier raus. Das erste erwachsene Tier. Ich bringe euch noch ein paar Bilder ein. Auch von diesem erwachsenen Tier, weil das hat nicht gesucht oder hat Laub gesucht, um da irgendwie die Polsterung aufzubessern. Sondern dieses alte Tier ist aus dem Bau raus und ist direkt in den Wald. Warum auch immer. Also das hat sich definitiv gelohnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und ja, kein Alkohol, aber war sehr cool. Andere fahren Motorrad am Abend. Ich gehe Dachse fotografieren. Danke für euer Zuschauen. Tschau.